liebe leute wir sind auf ugoyaro aber wir wollen nach lonaru wir können vielleicht mit mama telefonieren wir wollen ja strait da geht es lang ich liebe ich oder du ich fliege nicht alles nicht einfach jetzt auf zu fliegen wir sind alles nicht Eingesammelt, da waren 20 Dinger. Nein. Ich bin paranoid. Da waren 20 Dinger und du fliegst dann einfach zu was. Nein! Wieder reingehen? Das ist nicht effizient. Nein. Es gibt nichts mehr hier. Nur ein paar alten Kartenböcke. Was ist da drin? Nichts von Interesse. Schraubeltes Papier, kleine, weine Kübe. Was? Lass mich mal sehen. Das ist Alpha Zulu Loom. Und all of the expansions. Was ist es? Es ist ein altes Board Game. Die Fosterhome hatte einen. Ich habe immer so gedacht, es zu spielen. Wenn du es zu Hause hast, warum hast du es nicht gespielt? Oh, wir gespielt. Aber es gab ein Kurfeu von Midnight. Und wir haben immer noch nicht zu Ende. Nichts, dass ein ganzes Spiel. Uh. Die Leute, die hier leben, vermutlich haben die Spiel hinterlassen, für ein Grund. Ja, damit du und ich können es spielen. Spiel es. Hier, kannst du das basic-game tragen? Ich nehme die Expansions. Das finde ich so geil, diese ganzen Nerdy-Anspielungen. Ich will die Dinge haben. Ja, ich habe ja schon die Finger von dem Gamepad. Ich habe keinen, keinen. Man verballert ja immer seinen Kompressier. Schade, den ich nicht. Ja, deswegen solltest du dir auf dem Da-is-hoffa-so-n-Ding. Ich habe mir das gemein. Ich bin unschuldig. Deswegen Da-is-ist-da-ist-begut. Ach, das geht ja in eine Richtung. Naja. What? Was denn? Ich habe durch was auch immer du geöffnest, ich will da nicht durchfliegen. Ja, aber wir haben wieder Flow. Ja, jetzt fliegen wir nämlich zurück. Mhm. Und dann kannst du gefälligst jetzt... Da lang. Genau in die Richtung. Das Field da einsammeln. Ja, doch. Ich frage mich, ob dein... Hier war was, was verpasst. Ja, aber nächstes Mal in der Base machen wir richtig viel, äh... So Pillen und so, wenn ihr auch. Wie wir im Kampf benutzen können. Ja, da war noch eins. Warte mal. Ja, wir... Das nervt ja sonst immer. Dass wir das nicht eingesammelt haben. So, wo lang? Rechts. Rechts. Nicht hier lang! Nein, rechts. Ich hör auf dich. Links. Ich weiß aber... Ich dachte, das geht nach links. Das geht's immer nicht. Der Kompass nervt. Der Kompass nervt. Zieh! Das ist was... Äh... Du? Oh, das ist lustig. Doch, wir versuchen uns nicht zu attacken, um Veränderung. In 3... 2... Ich weiß nicht, ob er es klappt. Ich weiß nicht, ob er es klappt. Wir werden nur warten und sehen. Hm. Hm? Jetzt helft ihm nochmal. Da oben. Danke. Ach guck mal, der will diese Ritze da. Mhm. Äh... Rambler? Yes. Also der Linke, der eine will Schuss, der andere will Rambler und in der Mitte wissen wir nicht. Oh Gott. Trifft schon einen richtigen, wenn wir uns machen. Rambler... Kommt. Oh! Der Rambler kommt noch mal. Ne? Ist jetzt komplett geskippt worden? Ne, weil wir ganz... Ja, weil wir ganz so gekippt wurden. So frech. So frech. Wir fangen erst mit Schuss an. Guck mal, jetzt ist er auch kurz. Ist er jetzt angeschlagen? Oder ist er... Ich hoffe, dass wir... Ja, richtig, dass wir erst mit denen beruhigen können. Oh, oh! Shit! Yes! Hier bist du nur gedrückt. Wie geil sind denn? Schuss vielleicht? Ich guck mal, ob er dann... Ja. Perfekt. Wir machen mal den KZ für uns zwei. So, dann machen wir ihn weg. Schon, ich schon, ich schon. Äh, ich war zu. Aber ich hab's abgeworben, das kann man ja jederzeit... Okay, er... Das hat Glück. Ja, aber er hat noch nicht so viel. Oh, jetzt haben wir ihn geträubt. Ja. Hier ist das erste Mal, glaub ich, dass das Kampfsystem ist. Nee. Ah, doch. Das macht immer nicht so viel Schaden. Das erste Mal, wenn ich das Kampfsystem habe... Sorry. Ich hab nicht mal kapiert, was er abgeht. Das ist der erste Fall, wo ich eine Übersicht hatte. Ja, wenn man... Oh, was ist das so? Äh, es ist doch hier nichts. Knuffenser? Knuffenser, 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 Knuffenser. Hallo. Schlafen. Nee, er versucht da, diese Dinger aufzunehmen. Ja, geil. Für uns. Jetzt können wir hoch. Jetzt können wir hoch. Jetzt können wir hoch. Oh, Fenster. Wow. Vielleicht bist du nicht so eine Türkei. Jetzt wissen wir, wer zu kenne, wenn es Brücken gibt, die nicht rauskippen. Ich gehe. Wer ist mit mir? Ich bin. Ähm... Ja. Das tun wir heute. Dann noch eine Weltscheibe und dann kommen wir zum, äh... Telefon. Ich kann es nicht einschlagen. Ja, aber vielleicht... Vielleicht hätte ich mich die Freunde davor auch ein bisschen zu sehr über das Kampfsystem aufgeregt und mich da in Rage... Geredet. Oh, ja. Was ist das? Ich würde da mal lang fliegen. Ja, genau. Ich würde da mal lang fliegen. Was ist denn? Du glaubst mir nicht. Was? Ich habe gerade Heliga gesehen. Was? Du fliegst plötzlich. Oh, shit. Doch. Ich konnte nichts machen. Ja. Rampel und dann hoffen wir, dass wir den... Die Kleinen können wir aber auch ohne du... Wirst du so machen. Oh, ne. Ist noch nicht. Ja. Dann Rampel und... Weil Schuss dauert immer so lange. Ja, genau. So, du rampelst und ich mach Schuss. So ruhig gerade. Was mir hier fehlt, ist einfach mal eine Attack, die... äh... Ja, wei hat dann halt entsprechend weniger Power. Nimm mich einmal. Oh. Da link. Der Helicap. Helicap. Ah, es verfolgt mich. Hehe. Oh, Rost. Oh, Rost. Oh. Oh. Oh, Rost. So. Oh. Oh. Die neunische Bezahlung wurde. Oh, wir können mal gucken, was es hier noch gibt. Ja, hier gibt's noch mal ein bisschen was. Ich würde fast... das jetzt durchziehen. Ja. Ich will jetzt wissen, was sich da... verbirgt. Wir müssen... Wie dann zu den Orten zurück... Oh. Deine Haare ausversehen im Gesicht. Ausversehen... Wow! ...oder drum. Da hat es keine Sicherheit gemacht. Die Apiary ging mit dieser Kolonierung sofort. Habt du nie so einen großen Videokультeten gesehen? Ja, ich wusste von jemandem, der einen wie dieser hatte, auf seinem Roof-Terrass. Wer denn ist dumm gefragt? Was ist denn ihr? Oh, nein. Unsere war nicht so groß. Derjenige im Haus war ungefähr halb der Größe. Oh ja, klein. Du denkst, dass dieser noch funktioniert? Das sollte uns mit der Reina in Kontakt geben, nicht wahr? Mutter. Ja, ja, okay, ich verstehe. Nur eine Art, um es zu finden. Wir fliegen jetzt richtig recht. Widget klingt wie irgendwas, was es Zeiten gab als Stubi-VZ und... Du kannst so rechts und 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 rechts. Nein, danke. Den Kampf will ich nicht. Ja, will ich auch nicht. So gut. Links lang ist es, oder? Nein. Widget? Hey, lass mal, machen wir nachher einen schönen Widget. Okay. Du bist richtig entschlossen in letzter Zeit. Ich bin nicht sicher, dass ich mit meiner Mutter sprechen kann. Are you listening? Mom? You? Is that you? Ja, ich hab darauf gewartet, dass er kommt. Oh, woher sind Sie? Wo sind Sie? Wo sind Sie? Uh, wir sind auf Source? Und... Oh, nein. Du hast wirklich gemacht, dass Sie auf Source gemacht haben? Mhm. Du musst sofort wegziehen. Du hast sofort weg. Der Kanzel hat geordert die Hornet-Drones zu verabschieden. Ja, wir wissen das. Wir haben, uh, geholfen. Sie sind komplett verrückt. Sie haben es angefangen. Es ist noch schlimmer als ich dachte. Was? Was? Was ist schlimmer? Kannst du mir nur sagen, was passiert? Nachdem du verabschiedst, der Kanzler hat eine Anweserung über dich gestellt. Das war eine schlechte Idee. Die Leute haben angefangen zu denken, dass du das Radar aus der Apiarschule hast. Dass du ein neues Leben in der Outer Space gegen die Entscheidungen des Matchmaker. Und? Das ist ziemlich genau. Das ist das Problem. Du zwei bist ein Symbol geworden. Die Leute sprechen darüber, zu folgen deiner Leid. Der Kanzler kann das nicht passieren lassen. Und dann gab es dieses Signal, das kommt aus einem verabschiedensten Planeten. Hör. Du musst sofort nach Hause kommen. Du musst sofort nach Hause kommen. Ich kann das alles fixieren. Ich kann den Herr Oseus verabschieden. Was? Warum den Herr Oseus? Weil er furchtbar ist. Was erwartet ihr? Ich verstehe nicht. Du sagst mir nicht, dass du nicht bewusst bist. Was? 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 Was ist passiert? LB, LB, LB. 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 Jascha, du hast LB gedrückt. WTF? Warte, irgendwo mal eine Taste. Und dann explodiert das Spiel? Nein, das Standort ist vor. Oh Mann, das ist doch scheiße. Was? Müssen wir uns alle in der Zusammenfassung langsamer mal anhören. Nein. Nein. Scheiße. Ihr habt es alles auf Band. Was? Ist ja. Okay. Oh. Die Leute, die lebten und arbeiteten auf Source waren. Was ist mit ihnen? Die meisten wurden evakuiert, aber einige waren nicht so glücklich. Ich würde gerne dir mehr Details geben, aber du hast nicht viel Zeit. Der Kanzler hat sich entschieden, einen Beispiel von dir zu machen. Wenn sie dich hier finden, ist nichts für dich. Aber wenn du jetzt zurückkommst, ich könnte wahrscheinlich alles durchführen. Wir treffen dich mit deinen eigenen Freundinnen. Wir werden dich überprüfen, und wir werden etwas überprüfen. Alles wird wieder normal sein. Alles ist schon normal. Alles ist schon normal. Ich liebe Kai, und Kai liebe mich. Wir sind zusammen. Das ist normal. Aber du bist nicht die zwei Leute in diesem Universum. Denken an den anderen. Denken an den langen. Der Matchmaker ist vielleicht nicht das beste System, aber es ist das wenig schlecht, was wir gefunden haben. Du willst zurück nach den Dagen des Marken? Re-create die Inequalität, die die Elders haben so hart gearbeitet. Du denkst wirklich, dass du viel glücklich bist? Das ist großartig. Aber dein Selbstbewusstsein hat bereits zwei andere Menschen in der Luft. So jetzt, kannst du dir vorstellen, wenn alle gemacht haben, was du gemacht hast? Sieg hat. Sieg hat. Sieg hat. Sieg hat. Sieg hat. Sieg hat. Ich will dich zurück. Liebe muss nicht ein großes Feuer sein, das alles verbraucht. Du musst es bieten. Du musst es leben. Du musst es leben. Wie die Schäden und Fähigkeiten, die uns warm im Winter halten. Ist das Kind von Liebe zumindest so schön wie deine? Huh. Du. Hast du in deinem Leben die Liebe, die deine Mutter und ich für uns haben? War es weniger als die, die du teilen möchtest? Nein. Aber... Liebe ist größer und mehr komplexer, als du es erinnern kannst. Liebe findet immer einen Weg. Du auch immer einen Weg finden. Wir müssen schnell agieren, um deine Mühe zu schützen. Unsere Mühe. Weihnachten. Hm. Ah. Ah! Was? Ich weiß... Ich bin dran dran... Okay... Willst du, wenn wir zurück ins Nest gehen? Ich fühle mich nicht wirklich auf... ... auf nichts... Weißt du was? Du bist richtig. Lass uns nach Hause gehen. Sorry für das Skippen gerade... Ich bin echt auf diesen Knopf gekommen. Ja, das ist mir im Kampf ja passiert. Wtf... Der ist so... ...präsent. Ja... Ja, ich bin okay. Es ist einfach... Ich kann nicht glauben, dass meine Mutter all das von mir erhielt. Das ganze Zeit... Geh in hier. Jetzt wissen wir... Das ist was wir wollten, nicht? Ja... Ich verstehe nicht wirklich. Sie hat gesagt... Ich verstehe nicht, was der Boron mit dem tun hat. Er ist zu jung, dass er in der ganzen... ...Kolony zu sein... Ich bin sicher, dass er ziemlich dicht mit dem Kanzel. Aber... Ich verstehe nicht, dass das überhaupt sein ist. Ich... 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 Ich glaube, ich weiß. Oh, ja? Du versuchst, dass du nicht schreitest? Was? Warum schreitest ich schreit? Ich weiß nicht, warum ich bin...? Echt? Schreitest du nicht. Ach, ich... ...wennu... Mach mal. Ich würde mich sind... ...durch, dass die Oessier ist dein Partner... Ähm... Oseus? The Oseus. Bluthole in chief. The very one. And you are telling me... NOW? You promised you wouldn't get mad. I'm not getting mad. But you, still, this is one of the most influential and demented people in the apiary. You never considered that I might find this tidbit to be important? I was scared you would change your mind if I told you. I might have changed my mind? Yes. Fleeing the apiary is one thing. But Lord Oseus is a maniac. You humiliated him by refusing the match. He'll never give up on us. I humiliated him? We left together in case you missed it. Oh, beide antworten sind scheiße. Konflikt. Jenny, jetzt überleg dir gut, was du sagst. Ja, sie kann nichts dafür... Ja, aber sie kann nichts dafür, dass er der Partner ist. Aber es war ihre Idee zu pflichten. It was your idea. Because I'm the one who is being matched up with a psychopath. Yes. Please explain how that's my fault. All I'm saying is that you could have told me. It's also a matter of establishing trust. Just five minutes ago you were complaining about your mom hiding stuff from you. But you're doing the exact same to me. Obviously you got that from her. Yeah. Well, I have no idea who you're taking after. But I understand why they no longer wanted you. Wow. Seriously? Couldn't pick a better angle? Really? Mmhm. Oh, knock it off! You can't just play the orphan card every time. Wow. Just wow. Just wow. I'm sorry. Your turn. Was hat der Typ damit zu tun? I thought I knew you better than this. Ah, go bloot yourself. You and your high horse. You should go back to the apiary if you're unhappy. I mean, just do that. Well, you have to figure out how to get there on your own though. Don't count on me to be your chauffeur. Oh no problem. I wasn't about to ask you for anything. Great. Ah, es ist gut geschrieben aber, oder? Ja, und jetzt auch, wie wir auseinander schlafen. Klar. Ich verstehe ihn natürlich, weil, ich meine, für ihn bedeutet das auf jeden Fall den... Ja? Nur, dass er erstmal böse ist, dass sie es ihm nicht gesagt hat. Oh nein, sie ist schon aufgestanden. You? You? Ich habe unter den Tisch genommen. Where are you hiding? Sie ist rausgegangen. You? Ah... Okay, gut. All right, dann. Ich weiss nicht. Ich habe nichts für mich. Okay, ganz kurz bevor wir uns jetzt hier bewegen und umschauen. Sortieren wir mal ganz kurz, was hier alles gerade passiert ist und was ich da möglicherweise alles geskippt habe. Also, ich wusste, dass sie zwei Mütter hat, weil sie nämlich gesagt hat, bevor wir losgeflogen sind, zumindest die eine. Okay, cool. Das war dann auch obvious, dass sie zwei haben. Okay, cool. Aber viel wichtiger, weil was die Mutter erzählt hat, nämlich, dass dieser Planet kolonisiert worden ist. Genau. Und die haben Source quasi in die Luft gejagt, wegen des Flows. Weil sie festgestellt haben, dass hier irgendwie so eine Flowquelle ist. Und dann haben sie aber, scheinbar konnte man die nicht nur zu einer bestimmten Zeit, denke ich jetzt, weil wir es geskippt haben, abernnten. Und deswegen konnten nicht alle rechtzeitig evakuiert werden. Und den Rest haben sie geoffert. Sorry, da müssen wir auch noch mal reingucken dann und uns davor skippen und nachlesen quasi, was wir da jetzt so schnell überskippt haben. Wenn ich mich heile und dich nicht. Ja, kannst du überhaupt jetzt hier Dinge tun? Nein. Ich würde sogar sagen, du kannst gerade gar nichts machen. Wahrscheinlich. Du kannst nichts, du musst dir suchen. Ja, ne? Ich suche wirklich nichts. Ich suche wirklich nichts. Okay, du. Du gewonnen. Ich kann nicht schade an dich. Komm zurück. Lass uns das ruhig darüber sprechen. Du? Ja, natürlich. Okay. Ich will jetzt erstmal... Das darf ich... Dafür ist Zeit, ja? Bin ich dir nicht wichtig bin? Meinst du, sie ist... Meinst du, sie ist auf der Insel? Oder ist sie zum... Ah, sie ist irgendwo hier. Die Fenster ist auch hier. Wird man auf den höchsten Punkt, glaube ich, gucken. Hätte ich auch gesagt. Ansonsten ist die älter Nativ vielleicht nochmal mit ihrer Mutter reden gegangen. Das wäre ganz schön weit. Ja, das wäre zu weit. Das wäre komisch, wenn ich das Spiel jetzt dahin zurückfliegen lässt. Oh. Was bist du jetzt hier, Knufenze? Weil das kennen wir ja hier. Sollen wir versuchen, von hier nach da zurückzukommen? Sind wir sicher, dass hier alles... Ich glaube, wenn sie auf der Insel ist, dann kann ich nicht auf die nächste gehen. Das ist meine Vermutung. Also wenn ich jetzt auf irgendeiner... Kannst du das uns wieder umbrennen. Weil sonst sagt er, dafür bin ich noch nicht bereit. Ja. Er ist scheinbar bereit. Jetzt bin ich natürlich genau dahin, wo ich nicht hinwolle. Obwohl ich kann gucken, ob es hier einen Übergang gibt. Noch. Na ja, du wirst nicht fragen, wo würden wir jetzt hinten wollen? Ich glaube, da war... Ne, wo war denn das? Hier, oder? Garte, du wirst es nicht anders? Ist das nicht irgendwas mit L geheißen? Ja, lang, lang wo? Ich sehe es nicht. Soll ich hier hinten, hier. Neben. Ne, ist strange, ne? Mhm. Hm. Oh, was machen wir denn jetzt? Wir haben echt keinen hin, oder? Sollen wir nochmal zurück? Nochmal ganz systematisch uns diese Insel angucken vielleicht? Ja, aber ich habe jetzt vermutet vom Spiel zumindest, dass es uns das gesagt hätte. Ja, ne, ich denke tatsächlich... Weil es haben sie ja schon gesagt, hier waren wir schon, hier kamen wir her, oder hier können wir nicht langwarten. Ja, ich tippe fast, das Spiel würde ich jetzt so ein bisschen durch die Gegend ziehen lassen, oder uns durch die Gegend ziehen lassen. Ja, und dann kommt sie vielleicht wieder. Und dann passiert irgendwo was dann. Das ist aber nicht an den Ort wahrscheinlich gebunden. Sondern random, ja. Das glaube ich. Meine Theorie. Weil hier ist doch echt... Da ist sie! Oder? Sitzt sie denn nicht? Warte. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Ne, okay, ich dachte kurz, sie säße da bei dem... Bei dem Ding. Wir können jetzt auch gar nicht... Ähm... Wir können ja nicht kochen, ne? Das heißt, wir könnten auch da... Das... Wie heißt der? Bibber... Bierbar... Ding ins Kürchen anloggen. Na, dann fliegen wir doch in eine Richtung. Da will ich... Oder wir händen an dieser Stelle die Folge. Das machen wir. Ähm... Ju hat den Radar. Ah, okay. Ja, okay. Also ich glaube, das ist wirklich die Theorie. Wir müssen einfach ein bisschen los und dann finden wir schon irgendwo Anhaltspunkte. Ich glaube, das Spiel wird uns nicht dafür sorgen, dass wir uns verlaufen. Äh, Ju befinden wir hoffentlich in der nächsten Episode. Jetzt zieht's aber nochmal richtig an, storytechnisch, ne? Gott, ich muss mir in der Pause unbedingt erstmal die vierne Schiffe durchlesen, weil es war mir auch so schnell geskippt und... Ja, ach man, sorry. Ich dachte erst ich war das, dann hab ich bei mir raufgeklickt und dann... Nur auf den Scheiß geht es auch so. Ne. Es geht nur im Kampf und... Aber in so... In so Cutscenes. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, skippen kannst du halt sonst ja, wenn du A gedrückt hältst. Aber das ging ja auch im Kampf vor Schulen. Ja, ja, ja. Aber dass du so schnell LB nicht gefunden hast... Ja, so. Ich hab nur so... Und dann hast du's immer wieder an- und ausgemacht. Ja. Und ich war so... Nein! Das ist ein Panikmodus. Alles gut. Okay, das wird jetzt meine Taskpost. Ich will sie euch jetzt noch lesen. Und ich hoffe auch eure. Es tut uns leid. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüüüü!